Auf den kann man Gebäude bauen. Wir haben hier die Gebäude ausliegen. Man kauft sie für den Preis, der hier unten abgebildet ist, und legt sie dann hier in seine Städte. Ich habe hier oben gemerkt, dass ich sie mit dem Tieren beginnere. 어요, dann habe ich den Tieren in der Zeit einen Ort vertreibLET. Dann haben wir die Gebäude ausgetاucht.